Alle hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Gamer TV. Hier ist Let's Gamer 100 von Team Let's Gamer TV. Und ja, ich habe ein kleines neues Projekt gestartet, was jetzt schon mittlerweile 20 Folgen hat auf dem scheiß PC. Und ich bin einfach in letzter Zeit nicht dazu gekommen, einen kleinen Trailer noch zu machen. Im Hintergrund seht ihr... Vielleicht, ich muss noch schauen, wenn ihr wirklich nichts im Hintergrund seht, dann tust du mir leid, dann war ich einfach nur zu faul. Ich denke aber eher, dass nichts im Hintergrund kommen wird, dass ich da einfach nur ein Bild reinmachen werde. Und ja, ich habe einfach ein neues Projekt gestartet. Ich denke mal, dass ich doch keine kleinen Trailer, sag ich mal, dazu machen werde. Einfach nur noch da, also keine Videos, jetzt hier im Hintergrund reinschneiden werde. Einfach da, ihr solltet euch selber überraschen lassen. Ich kann nur eins erzählen. Wir spielen mit Mods, also das Ganze als Minecraft Mod LP. Ja, ähm, kleine Infos noch, die ersten fünf Videos sind von mir alleine, dann tritt der Bicky dazu. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall jetzt schon 20 Folgen. Wie werden das Ganze vielleicht auch weitermachen? Vielleicht werde ich es auch bald wieder alleine machen. Das weiß ich jetzt leider noch nicht, da der Bicky in letzter Zeit irgendwie das lieber alleine spielen mag oder so. Ich habe keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, ja, schaut auf jeden Fall rein, äh, diese ganzen Parts, Leute, die nicht verpeilen, ja. Sie sollten wirklich gucken, es lohnt sich wirklich. Auch wenn manchmal einige Stellen, äh, wirklich langweilig sind, aber es ist nur mal Minecraft, Leute, ihr wisst das. Und, äh, jeder kennt Minecraft, das ist immer mal ein bisschen langweilig. Aber natürlich, ähm, um das Ganze auch spannend zu halten, haben wir natürlich auch immer viel Scheiße gebaut. Und, äh, und viele Viecher sind uns natürlich in die Bude gerannt. Iwe, das sind Oga, das sind drei Oga. Franz! Er hat meine Blumen kaputt gemacht. Nein, deine Blumen. Oh Mann, der ist so voll. Oh Gott. Wie, wie das aussieht. Die Oga, Alter. Au, Alter, der hat die, der hat die, der hat die Wand weggepaldert. Der macht die Wand weg. Alter, die Truhe, die Truhe. Renn um dein scheiß Leben. Wir haben geendet, du. Alter, weg hier. Junge. Der reizt alles ab, Alter. Und, und, ja. Auf jeden Fall. Also, wir spielen halt mit neuen Mods. Es gibt halt neue Waffen. Und. Guck mal, ein Boomerang. Du Pisse. Ja, ich war auch ein, wie macht man sich ein? Ja, warte, ich mach dir ein. Ja, einiges halt noch. Also, lasst euch auf jeden Fall überraschen in diesem Let's Play. Das, was ich dazu noch sagen mag. Wenn in manchen, ähm, Videos hinterher Musik eingebaut ist, die langweilig oder sich dauerhaft wiederholt. Das liegt daran, dass ich einfach nur zwei, ähm, 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 Lieder runtergeladen habe, ja, die einfach in den Hintergrund einspielen sollen. Da mein Mikro da irgendwie so ein Rumspassel-Pisse hat. Dass da einfach die ganze Zeit, um so dämliches Piepen kommt, vielleicht ist das jedem schon mal aufgefallen. Und, das geht mir tieflich auf die Eier. Aber ich hoffe, euch gefällt das neue, ähm, äh, sorry, ich musste gerade eben, ne, ihr wisst schon. Ähm, also, ja, jetzt bin ich wieder voll raus. Also, ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall, was, ähm, wir hier aufgenommen haben. Ähm, das ganze Projekt wird hochgeladen morgen. Also, dem, lasst mich eben nachschauen. Am Montag um 13.30 Uhr wird das ganze dann hochgeladen. Und, ja, dann werde ich schauen, ähm, Termine werden vielleicht nicht bleiben. Ja, vielleicht, ach komm, sagen wir so. Heute werde ich es noch hochladen, ja. Morgen wird es dann auch, denke ich mal, kommen. Müsste ich, äh, muss ich schauen. Ja, weil, das kann ich noch nicht sagen. Aber, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid doch zufrieden mit Let's Game Tüber. Auch wenn wir gerade wirklich nicht in letzter Zeit so ein bisschen hier, ne, so ein bisschen, ähm, na hier, so ein bisschen, hier, viele Videos machen. Wir sind leider in letzter Zeit ein bisschen inaktiv auf dem Kanal. Das liegt daran, ähm, Schule ist halt auch noch wichtig. Leute, die Freundin ist auch noch da. Ähm. Und, ja, privat zocken tut man ja auch, also, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, es gefällt euch. Also, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, Let's Game TV, macht wieder mal ein sinnloses Let's Play, wo ihr einschaltet und natürlich zuguckt. Haut rein! Da sind wir wieder, ah, ich hab Feuerfeil gesoffen! Nein! Nein! Ich bin tot. Oh, Lack. Nein, käme ich bitte nicht! Nein! Oh, verkackt du, Söhne, Alter! Ich bin wieder im Haus, ey, leck mich doch am Arsch! Oh, ich hab'...